So Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Nun wollen wir uns das Ganze mal in diesem schönen Nurse-Zimmer da hinten reinziehen. Warum das so lange dauert mit diesen verschissenen Medikamenten? Wie sieht es eigentlich hier aus? Na, Kutschis. So. Ah, Munition, Fülse. Ah, scheiße. Jetzt wissen wir, warum das so lange dauert. Hm. Packen wir die alle, genau. Pap, pap, pap. Der alte Meisterschütze. Da geht's ab. Siehst du, siehst du wieder. Da, Glam. Wo war ich dann? Hätte ich zugucken können. Da geht's. Sie müssen uns hierherauschen. Sie müssen uns hierherausch. Die ganze Ort ist infestiert. Sie sind überall. Wichtig. Ich habe sie geholfen. Was ist mit den Medikamenten? Wir haben was, was wir brauchen? Ja. Das ist unser anderes Problem. Mal schauen. Es sieht aus, dass sie alle die Medikamenten in der Strecke gehalten haben. Und festgelegt. Es gibt keine Chance, dass wir ihn öffnen können. Vielleicht mit genug Zeit. Aber ich weiß nicht, wie viel davon wir haben. Es wäre viel schneller, wenn wir nur die vier-Digit kombinationen wussten. Ich glaube, dass sie es einfach hier und hier für uns finden können. Wir sollten nur versuchen, ihn öffnen. Wir haben keine andere Wahl. Okay, du beginnst. Ich schaue nach und sehe, ob ich etwas nützlich finde. Vielleicht finde ich ja etwas nützliches. Wenn es einfach an einem Ding stehen würde, wäre es natürlich total sinnlos. Nur ein paar Papiere. Kein Schwerpunkt. Das wäre ja auch Schwachsinn. Funktioniert nicht. Und eine Correa. Ich glaube, sie muss hier eine Patientin gewesen sein. Und was ist das? Sagen wir, wir probieren es mal damit, oder? Ja. 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 Ich gehe da mal. Ja. Same hier. So. Klasse. Klasse. Klasse, Klasse, Klasse. Klazze, Klazze, Klazze. Es liegt eigentlich da alles auf dem Boot herum. Das ist ja... Oh, Camcorder. Okay. Ich gebe dir ein Sedativ. Es wird die Procedure leichter auf dich geben. Ich will nicht die Procedure. Ich will mein Baby. Ich kann das nicht. Ich kann das nicht. Anna, du hast keine Wahl. Wenn du möchtest, kannst du ein bisschen Zeit mit dir nehmen. Aber ich brauche, dass du nicht später zurückkommen. Oder ich habe keine Wahl, aber mich selbst informieren. Ich bin sorry. Okay. Der wusste also den Code. Scheiße. Ach, Kacke. Jetzt kann ich auch noch mal rausschleichen. Zu dem Typ. Die Autowerkstatt wurde doch gerade überramt von den Wichsern. Ich meine, ein Großteil davon war ja in der Autowerkstatt. Also vielleicht, wenn ich den Wagenheber wegtrete oder so. So was in der Art könnte ich es vielleicht hinbekommen. Jetzt würde ich sagen, schon klug darüber luken oder so. Okay, ich sehe mal keine Wagenheber. Das Böse natürlich nur, ich sehe auch ihn nicht. Oh Gott. So viel dazu. Gut. Was ein Scheiß. Klasse, er ist weg. Das ist natürlich... Da krabbelt er noch. Da ist er ja noch. So, du. Schön mal daneben. So. Noch ein Bond. Apropos... Ah, gut. Wollte gerade sagen, wie komme ich jetzt eigentlich da wieder raus, ne? Das könnte vielleicht von hier der Code sein. Das ist natürlich klasse. Lauter Videobänder, klasse. Schauen wir uns einfach mal alles an. Ah ja, hau mal raus. Tja, das ist aber freundlich. Du, das ist ja, das ist ja nicht. Das ist ja, das ist natürlich. Also, das ist ja, derart ist. Ich stand da vor allem Tag nach, 思 такая, Warum sind wir schon doch so noch nie? Ach, warum oder so noch so ein Leben? Wenn das ist, was geht Alors. Wenn das ist, was es ist, wenn das ist, was wir uns bewahren. Ich mache nichts. Ich mache nicht die Regeln, Anna. Dr. Ich bed included. Skaf, bitte, helfe mir. Maybe one day, when things are different, you can try again, but for now, today, we have to do this. Ah, scheiße. No. No. So. I think we know what happened to Crawford. More importantly, we got the combination. Krista, this isn't the time. It's time to go. I'm sorry. Let's get those meds. We're in business. Antibiotics, Morphine. Take as much of this as we can carry. Okay. I think we're good. This is more than enough for your people and mine. Let's go. No, I found a third tape in the locker outside. Maybe there's something else on there. We got the meds for a move. That's all I can do. We'll head back to the classroom. Don't take too long, Lee. Let's go. Let's go. Oh man. Well, he knows what's on there. What's always. Okay. Äh, äh. Alles klar. Das ist gar nicht mal so cool. Das ist... Ach du Scheiße. So, jetzt wissen wir auch, warum die so einen Hass gegen den hatte. Oh, du Scheiße. Jesus Christ. Oh, du schickst die Scheiße aus mir. Wo hast du denn? Seid. Ich nehme die Batterie runter. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh. Ich habe nur ein Schuss. Hier geht's. Was ist das? Nichts. Du bist mit der Ackmaule. Ich weiß, dass du aus Crawford bist. Was? Wer sagte das? Hm. Hm. Eieieiei. Ja klar, aber... Es war doch ein Kind. Hallo. Ein Kind. Ein Kind. Ein Kind. Ein Kind. Ein Kind. Ja. Ich konnte sie nicht schützen. Das ist, als ich rausgekommen bin. Crawford. Sie haben immer darüber gesprochen, wie ihr System funktioniert. Wie alles besser war, als einer von ihnen zu werden. Aber ich sah, was sie bereits geworden sind. Bis auf die Tränen drüber gedrückt. Ich wünschte, dass ich es gesehen hätte, bevor es zu kalt war. Bevor sie kamen und meine Freundin weggebracht haben. Das ist alles, was ich von ihr geblieben habe. Ich hatte keine Zeit, um es zu nehmen, bevor ich aus Crawford kam. Ich wollte es einfach, okay? Es ist okay, Mutter. Ich verstehe. Ah, klasse. Wir sind immer ohne Scheiß. Ben, du bist mein Held. Was? Ach du Scheiße. Wie sollte ich denn da auch schießen? Das war doch gerade der... Herr, aber jetzt, wie können wir rausgehen? Durch die Armourie. Wir können nur diese Scheiße öffnen. Komm schon, du Scheiße! Das ist meine Schuld. All meine Schuld. Die Held ist er schrecklich. Ben? Wir sprachen über das. Nein, warte. Ich will wissen, was er bedeutet. Was bedeutet, dass das alles deine Schuld hat? Penny, ich bin so sorry. Ich bin so sorry, Mann. Ich bin so sorry, Mann. Kind, das ist nicht die beste Zeit. Whatever du getan hast, ich bin so sorry, Mann. Ich bin so sorry, Mann. Ich kann es nicht mehr tun. Er hat ein Recht zu wissen. Wissen Sie? Es war mir immer noch, alles in Gefahr. Katja und Duck. Es war mir. Es war mir. Es war mir. Ah, klasse. Warte mal. Was hast du gesagt? Es war mir, der mit den Banditern auf dem Motor Inn, schießt sie die Begriffe. Ich dachte, vielleicht kann ich sie aus unserer Begriffe. Wenn es, wenn es herausgefunden wurde, dann wurde sie attackiert. Und das war, wenn Duck... Ach, du Scheiße. Wo ist das ausgerechnet jetzt zu? Ja, genau. Verruhigt euch mal, Leute. Wir haben gerade andere Probleme. Aber jetzt müssen wir gehen. Ja. 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 urob. Kid. Ja, ja. 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 Nun können wir gehen, denn jetzt haben wir schließlich diesen einen Platz ausgesondert. Ach du Scheiße, was ist das? Okay, Waffe, komm her! Ja, das wäre vielleicht ganz cool. Ah, das ist dann schon mal kein Weg raus. So, sehr schön. So, Leute. Ach du mein lieber Gott, Scheiße, nee, das ist ja nicht mehr feierlich. Aber wie viel Munition hat denn eigentlich die Schnarche? Äh, raus! Scheiße, 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 Scheiße! Alter, wo kommt die her? Jawohl, jetzt wird frisch gemetzelt. Aber das Ganze ist in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut und haut rein! Scheiße, Scheiße! Vielen Dank.